wieder so eine bonzen plattform, hier wird es abenteuerlich also kommt man natürlich nicht schnell voran kommt auch meine anliegen alle paar stunden kein trinken mehr, das ist scheiße, hier gibt es natürlich auch keine geschäfte vielleicht am nächsten strand, da war ja immer ausgeschildert, das paar euro kosten, egal das ist schön schattlich jetzt, das ist geil es wird immer noch 28 grad angezeigt, aber im schatten viel geiler akku 38 prozent von meiner gear das reicht noch eine halb stunden, das müsste passen, das müsste gehen jetzt auch schon fünf stunden unterwegs, zweimal schwimmen gewesen teilweise muss ich auch an solchen bombenwillern vorbeiklettern ich war schon höher, aber trotzdem noch nichts runterrutscht das ist geil, Mittelmeer ja, und so geht es ganz sehr weiter hier eine geile Ausblick, ein geiler Ausblick nach dem anderen Sonne steht jetzt natürlich hinterm Berg, aber die scheinen noch zwei so eine fiese Kante, ey, scheiße ach gut, dass ich Schuhe an habe, hier brauchst du nicht mit Flip Flops langlatschen, echt nicht der Weg jetzt gerade ist ja noch gut wie gesagt, hier wird es schon wieder Spitzesteine hier kann ich schnorcheln da sehe ich schon einen Strand der hat bestimmt irgendwas hier irgendwas eingesammelt darf ja jeder hier brauchst keinen Angelschein du kannst alles einsammeln du musst nur die Mindestmaße einhalten da wimmelt es von Fischen und Seeigeln und allen möglichen den scheinen See an dem Mond habe ich gestern sogar auch gesehen an den kleinen geheimen Beach da also teilweise kommt man hier sogar mit einem mountainbike lang aber ich weiß nicht Es gibt zu viele Stellen, die nicht so sind wie hier, aber ich habe in dem Internet schon gesehen, wo die überall lang fahren, da ist es ja nichts dagegen. Oh, es kommt jetzt einfach nur um hier mal was. Ja, ein bisschen mal ein Stück mitgelatscht wieder, Robbe, hier mache ich mal ein Foto, sieht doch geil aus. Puh, Sonne, ich glaube ich gehe noch mal rein, das ist ja schon wieder galanz. Hier mache ich mal Stopp.